Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Susanne Busch. Ich möchte dich einladen zu meinem neuen Kurs Paper Piecing Nähen auf Papier. Für diesen Kurs solltest du schon Erfahrung im Nähen haben und gut mit deiner Nähmaschine umgehen können. Wir nähen zusammen zuerst einen Probeblock, wie diesen da vorne, an dem du die Technik kennst. Dann kommen wir gleich zu klassischen Paper Piecing Blöcken, den New York Beauty Blöcken. Das sind Blöcke mit vielen Spitzen, einem Strahlenkranz und runden Nähten. Das ist eine zweite Sache, die du in diesem Kurs lernen wirst. Und deine genähten Blöcke kannst du dann am Ende zu einem sehr schön farbenfrohen Tischläufer gleich verarbeiten und deinen Freunden und Gästen auf deinem Tisch präsentieren. Es wäre schön, wenn wir uns gleich wiedersehen könnten und zusammen an der Nähmaschine unsere kreative Energie umsetzen könnten.